Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Bußgeldkatalog.org. Mein Name ist David und ich erkläre euch heute, wie ihr euch bei einem Grünfall richtig verhalten müsst. Außerdem verrate ich euch, welche Bußgelder drohen, wenn ihr gegen die Regeln verstoßt. Habt ihr noch eine andere Frage zum Grünfall? Dann schreibt sie uns in die Kommentare. Wie verhaltet ihr euch bei einem Grünfall richtig? Ein Grünfall kann in zwei Varianten daherkommen. Als Schild oder als Lichtzeichen. Die Funktion ist bei beiden dieselbe und zwar erlauben sie euch, nach rechts abzubiegen, obwohl die Ampel für die Geradeausspur auf Rot steht. Dabei gibt es ein paar Dinge, die ihr beachten müsst. Erstens, ihr dürft selbstverständlich nur abbiegen, wenn ihr dabei niemanden behindert oder gefährdet. Achtet vor allen Dingen auf Fußgänger und Fahrradfahrer, die gerade grün haben und die Straße überqueren. Zweitens, ihr dürft nur vom äußerst rechten Fahrstreifen abbiegen, nicht vom mittleren. Drittens, befindet sich ein Grünfallschild an der Ampel, müsst ihr vor dem Abbiegen an der Haltelinie anhalten. Vergewissert euch dann, dass die Kreuzung für euch frei ist, bevor ihr abbiegt. Wie bei einem Stoppschild. Handelt es sich hingegen um einen leuchtenden Grünfall, müsst ihr sofort abbiegen und dürft nicht vorher anhalten. Das gilt dann nämlich als Behinderung des Verkehrs. Der leuchtende Pfeil ist also verbindlich. Anders ist es beim Grünfallschild. Hier dürft ihr trotz roter Ampel abbiegen, müsst es aber nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch warten, bis die Ampel Grün zeigt und erst dann abbiegen. Dies gilt dann nicht als Verkehrsbehinderung. Was droht euch, wenn ihr die Regeln zum Grünfall missachtet? Wenn ihr euch beim Grünfall falsch verhaltet, müsst ihr mit einem Bußgeld rechnen. Die Höhe hängt dabei vom genauen Verstoß ab. Nutzt ihr einen anderen Fahrstreifen zum Abbiegen als den äußerst rechten, werden 15 Euro fällig. Mit Behinderung des Fahrzeugverkehrs sogar 35 Euro. Wart ihr in Gedanken mal wieder ganz woanders und habt vergessen, vor dem Grünfallschild anzuhalten, müsst ihr mit 70 Euro und einem Punkt rechnen. Gefährdet ihr beim Abbiegen die Autos, die gerade grün haben, werden 100 Euro und ein Punkt fällig. Kommt es sogar zu einem Unfall, müsst ihr 120 Euro zahlen. Richtig teuer wird es, wenn ihr Fußgänger oder Fahrradfahrer gefährdet, die gerade grün haben. Dann sind es bereits 150 Euro und ein Punkt. Im Falle eines Unfalls erhöht sich das Bußgeld sogar auf 180 Euro. Soweit zum Grünfall. Habt ihr schon mal ein Bußgeld für falsches Verhalten am Grünfall kassiert? Schreibt uns euer Erlebnis in die Kommentare. Und vergesst nicht, dieses Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Bis zur nächsten Folge von Bußgeldkatalog.org